The Power of the Darkseid Willkommen meine Sturmtruppler bei Batman Arkham City Ja Mir What the fuck? Ich hab da aus dem Raum getroffen Wie geil Das geht gut los, dass ich so direkt vergleicht hab Ne? Ich hab da nur überrascht den Knopf gedrückt So ein Dreck In Phase 2 über Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben Wir binden die Lösungen, die diese Welt braucht Der Hintergrund haben wir ein Sniperer Habe Sichtkontakt mit Zielen Ich sehe weg Mh, so ne Wanderpilze habe ich jetzt nur kurz ignoriert Der Sniperer gilt es natürlich zuerst auszuschalten Aber wie ich da ziehe, gab es noch einen Sniperer Das ist natürlich ganz schlecht Gehen wir mal gucken, ob wir den besser kriegen Ich sehe niemanden in der Nähbahn, der ist allein Das heißt, ihr könnt mal krieren Los geht's Und weg Zielperson bewegt sich da lang Wow, 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 wow Haben sie mich doch gezielt, sie haben mich gezielt, sie haben mich gezielt Also ich muss den 2. Sniperer unbedingt ausschalten Boah, Alter Wieso bemerken die mich? Das ist ja Wahnsinn Brücke vor, um zu sichern Die Zielperson ist über uns Wechsel auf Färmweg Aussichtspunkt gesichert, keine Spur vor Zielperson Die Eiskanat Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden Das Sniper habe ich jetzt erstmal in Gefrohr Das ist verschaffbar, aber Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden Das verschafft mir jetzt aber nicht wirklich die Zeit, die ich brauche Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden Der Sniper ist verfallend Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden Die Zielperson bewegt sich da lang Wie kennt ihr mich die ganze Zeit? Sie? Wie kennt ihr mich die ganze Zeit? Sie? Wie kennt ihr mich die ganze Zeit? Sie? Hier wird ja mich was Sprengen Passend jetzt hier hin Meine Fresse, was ein Geballer. Ach, guck mal da. Also, das Ding ist auf bestimmt wäre der Sniper. Das Ding ist auf bestimmt wäre der Sniper. Wow, ich bin in dem Kanal drin, hallo? Sie haben seine Erwartungen also nicht erfüllen können. Wie vorhersehbar. Jo, ist recht strange. Du hast mich ja letztlich die Runde schon ordentlich genervt. Schade, dass du damit grad so weitermachst. Das war der letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm. Der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Der Raum zu sichern. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten drei Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Habe Zielpersonen über meiner Position gesegnet. Da, so. Der Sniperer End ist aus. Sniperer 12. Und weg. Gut. Die Sniperer hätten mal aus. Wie viele haben wir jetzt noch? Drei, vier, fünf, sechs. Mann, am Boden! Hä? Kontakt! Gegnerisches Gerät gefunden! Kontakt! Gegnerisches Gerät gefunden! Halt still! Nein! Wenn der sich schon so abbietet! Und wieder weg! Au, 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 au! Yo, yo, yo! Ich bin klein! Nett! Ja, wie viel noch? Vier, fünf, sechs. Hör noch, sich! Zielpersonen, Silberhaut! Zwei! Zielpersonen, beweg dich da lang! Nur noch zwei! Drei! Und wieder weg! Nur noch zwei! Zwei! Zielpersonen, beweg dich da lang! Wir haben einen von euch Trotteln ausgeschaltet! Wuh! Oh, ne, durch hinten ist noch einer! Zähl mal durch! Bewegung! Und finish! Ja, ich lieb... Ich lieb das ja. Moi, moi, Arsch! Meine Arsch ist einfach genial! Einfach drauf und das Wetter! Nix mit Schleiche! Ich muss nicht schlagen. Ich bin die Imp-Bets. Der schleicht nicht. Was ja Blödsinn. Hab ich das vorhin eingesammelt? Au. Ich muss dir aufpassen, die haben du Scheißdreck platziert. So, da war das. Ja, das steht noch. Ja, das ist schon da rein, dann nimmt man da mit. So, da geht's nicht raus, nicht raus. Wo ist die Tür? Wo war was? Ja, hier ist was. So, wir haben uns für die Codeskönner holen von den Tiger-Heinis. So, gehen wir jetzt an die rote Tür hoch. Und ich, äh, die Chassierung treffe. Eine Waffnung. Kann man durch die Waffekammer grunnen, oder was? Ach, nö. Einfach nur bitte. Riddler! Riddler! Das ist das da hinten, die Tür, wo ich heben muss. Gut, Mama. Oh, wieder. Obwohl ich den Deck den Tiefmodus ab. Voll niggel. Das ist das Wunderland. Ah, ja, da wisst man ja hier, wie ich im Joker. Wow. Irgendjemand hat hier aufgeräumt. Das sieht aus wie Stargate. Gut, wir wissen ja, dass ich da näher durchkomme. Das wird gleich, den habe ich nicht geknackt, Cut. Dass ich... Na, nimm mal einen Kippmodus-Eis-Ding probiere. Ne, funktioniert trotzdem nicht. Ah, da ist die leider abgeräumt. So, Stargate. Willst du da hinten dran? War da nicht eigentlich so ein Klapp noch ohne? Verschlossen. Sechst ja. Ja, das war eine Klapp noch ohne. Und nun mal die jetzt nicht alle da sind. Okay, dann dürfen wir da anscheinend nichts machen, so wie das aussieht. Ich habe mich wahrscheinlich runtergerutscht. Ähm... Während ich hier so im Ehrgarten rumlaufe, äh... Soll ich sowas zukünftig wegschneiden? Wenn ich mich, äh... Verlaufe und dann erst wieder reinschalte, wenn ich sie weggefühne? Oder ich sage ich das egal, ähm... Wir wollen einfach sehen, wie ich mich da, ähm... Verirren in dem Spiel. Hehe. Und ja, auch schon. Nö, das ist man ja nicht. Ähm, Batman-Game oder Nuff-Hab? Jawohl. So, das ist die Tür. Ach, gucken wir da hoch. Machen wir doch einfach mal das hier. Der hat dann den Bereichschärfe schützt, wie die Nummer was. Was sind das? Warum knackt er das mit? Oh. Echt? Nochmal? Na, wo ist es? Okay. Wir fahren mit dem Fahrstuhl nach oben und ich hab den Joker gewohnt. Müssen wir doch noch. Mein Gott, wie hochfahren denn wir doch? Wo sind wir? Nächster Halt, Beobachtungsplattform. Vorsicht der Aufzug. Sichert die Tür. Ja, schon. Sobald die Tür aufgeht, töten wir jeden im Aufzug. Es könnte einer von uns sein. Nein, die Zentrale sagt, es ist Batman. Interessant. Cool. Geladen und entsichert. Mach die Tür auf. Feuer! 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 Ich will aber weiter aufzuhalten. Irgendeine hat Munition. Ach. Autsch. Cool, bleibe. Bisschen konzentriere, bitte. Oh, oh, Waffe. Hm. Na, mach doch der Murgst und dämmt doch. Ausgeschalt. Und der Murgst, mach mal auch noch. Zack, zack, zack. Gucken da mal live, Walge. Gucken, gucken, gucken. Ist das immer wieder nutzig? Bssst. Wir haben mehrere Tote. Jo, ich hab doch niemanden umgebrungen. Ah, war ja aber. Oder ich höre jetzt wieder die Hubschraube. Das kann natürlich auch sein. Irgendwie hat die da mehrere Codes drin. Ich hab einfach ein Gittertor, aber ich muss es per Computer aufmachen. Wie geht das? So nett. Oh doch, so ging's auch. Hmhm. Bestätigen. Was mach ich dir jetzt? Nee. Gar nichts mach ich dir. Weiter kommen. Aha. Das wird glatt. Sonst ist da gar nichts. Nicht hing doch so, so und echt. So witzig. Ja, was mach ich denn du jetzt? Das, du musst ja irgendwas. Ach, guck mal. Was ist denn das? Ich hab noch nie so nach Trag gestanden. Was ist das? Was kann ich da machen? Das hab ich noch nie gesehen. Nee, ich würde da drüber. Was kann ich da ver... Äh, Eis? Was soll ich da dran machen können? Sie haben seine Erwartungen also nicht erfüllen können. Wie vorhersehbar. Nein. Ich habe das. Ich weiß, wir sind. Untertitelung des ZDF, 2020